Es ist zu lange, ich entschuldige! Willst du mal g'safe mal den Shit? Jetzt bin ich durchgefahren Sandmann Der Sandmann Jetzt fahren wir hier runter zum Sandman Ja, muss ja weiterfahren Fahren wir querfeldein? Sieht ziemlich hügelig aus Ja, das ist schwer für Straßen Gerade bei Nacht Bist du voll, Dennis? Nee Ich fahr ohne Licht und mit Dings Oder? Nachtsicht Ich hab keine NVs Bist du voll, Dennis? Nein Immer noch nicht Ach so, jetzt die 5 Minuten Soll ich mal probieren mit dem Auto rüber die Chance rüber zu jumpen? Äh, Macarenai Willst du dich da hinlegen und ich fahr mit dem Auto rüber? Oh, Alter WTF Ne, lass doch nicht mit einer vollen Sandkarre machen, die ist zu schwer Ja Wie hupt denn das Quad? Wie hupt denn das Quad? Was? Äh, Macarenai Dann go Hast du das Auto... Nee, hast du das Auto voll gemacht? Ja Ich muss erst reparieren ... ... ... ... Partydisco hier, Party, 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 Partydisco ... ... Äh, achso. L-Sperm. Guck mal, wie weit das Licht da hinten rechts an die Bäume geht, oder? Das Licht ist eh geil, ja. Ist alles nicht so geil wie auf meinem Bildschirm. Ihr Penisse. So, fahrt mir mal nach. Mit euren Fick-Schlitten. Das ist ein Fick-Schlitten, das ist ein Schlittenfegel. Next level shit. Alter, geht dunkel. So dunkel, das heißt dunkel, wie die Engländer sagen. Ja, ich seh gar nichts wegen dem scheiß Staub, den du da aufsiehst. Ja, ne? Ja. Guck mal, eine Feinstaubplakette. Für die Reifen, oder was? Hast du keine Feinstaubplakette? Ne, man. Ich brauch nur den Grobenstaff. Nervt voll. Voll in die Lunge. Ja. Fahrgau Sand, Mann. Das geht voll in die Gurke, ey. Die machen das wie die Pakistaner, die ihre Jeans Sand strahlen und um Atem schützt. Ey, mein Fahrzeug ist so kett immer noch nicht. Ja, das ist auch so ein Pornositat, ey. Mann, das ging voll in die Gurke. So, ich halt hier nochmal an. Attention, attention. Mann, das ging voll oft in die Hose. Also. Ah, jetzt ist Moonlight angeschaltet worden. Moonlight. Hello. Everybody dancing. Es ist schon wieder in Moonlight. Aber jetzt kann ich besser sehen. Durch das Mondlicht. So, wir müssen jetzt ja vorne rechts abbiegen, ne? Vielleicht schon wieder scheiße. Ey, da sind Leute, da sind Leute. Fahrt weiter, fahrt weiter. Gibt Gummi, in der Rebel Base sind Leute. In der Rebel Base, ey. Fahren wir hier durch Rebel Bases. Ich bin irgendwo gegen gefahren. Ich hab irgendwas erwischt. Was war denn das? Ey Rebels, nehmt mich auf. What the fuck, man? Das war'n Zaun. Genau, zieht der mir auf'n Quad. Alter, den siehst du ja aus der Richtung gar nicht. Leute, wo wollt ihr hin? Rechts, 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 rechts. Nicht falsch. Äh, bin ich falsch? Ja, Mann, ihr seid voll falsch, wir müssen rechts an der Rebel Base vorbei. Ah ja. Schaut ihr wo ich hier stehe? Me, 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 me. Volle Pulle in den Zaun umgefahren. Den ich absolut nicht gesehen darf mit Midnight Vision. Ok, eigentlich wär's egal, aber... Ne, wir wollen ja hier hin. Ich bin stand close, ey. Wo bist du denn? Ah, du bist hinter mir. Moritz? Jaja, ich komm rüber Ok, Merke? Zeune sind scheiße Das sind scheiße Zeune, ich überhau dich mal, du küsst Dennis, ne? Ja Alter Dancing in the Moonlight Wie ging das nochmal? War schon schön so Dancing in the Moonlight Everybody Ich häng mich auf Hey, wo bist du lang gefahren? Links Geradeaus bist du gefahren Ja, und dann links Alter, ihr verwirrt mich Warte, ich guck nochmal, ob das überhaupt richtig ist Ja, ist richtig? Los To the Moonlight Aha Ich bin ja auch Taylor's 15 Check it off Check it off ETF, das kenn ich gar nicht Ich bin letztens nach Brandenburg rausgefahren Und die haben aber so einen kacken Radiosender Und da lief es ohne Scheiß auf der einstündigen Autobahn gefahren Hat's Einmal Auf dem gleichen fucking Sender gespielt Naja, ich dachte, du machst mich mal so überladen gedöhnt Ich hatte den ganzen Tag Ohrwurm davon Shake it off Shake it off, shake it off Shake it off Work out, work out, work out, work out Work out, work out, work out, work out, work out Ja Mann, voll der geile Sternhunger Aber hier ist ja grün Aber hier ist ja grün Ah, mir stichig Ja Obwohl heute fährt sie es fast schon besser ohne Nachtsicht Ja, geht voll klar Ja, geht voll klar Da ist ein Auto Fahr weiter Wie viele Leute sind denn hier unterwegs? Kann doch nicht angehen Ich bin jetzt hier bei der Stadt Bin ich rechts abgebogen und folge der großen Straße Ja, beim DP3 Äh, rechts abbiegen, rechts abbiegen Bei DP3 Bei dem Dorf Ja, also ins Dorf rechts rein Ja, dann halt der großen Straße folgen Der Betonstraße Der Tank ist vorbei Der Tank ist vorbei Wow Ja, da ist ein Typ Flach Was von Alter? Zu Alter Alter Alta Ayran Ayran Let me hear you Ayran I love you so, Joghurt Alter, dann keule ich mir einen. Was? Du musst nicht über Ansagen, ey. Über Ansagen, jetzt keule ich mir mal keinen. Oh, jetzt war ich sogar 80. Boah, Alter. Hart umkämpfte. Jetzt gehts hier rechts. Du wirst mir noch einen Punkt hinsetzen. Weiß der Moritz, wo lang? 2,5. Alter, pass auf! Digga! Digga, ich fahr vor. Geht schneller? Wir lassen uns gleich in der Pampa, wenn du so weiterfährst. Ich fahr so wie ich will. Das ist richtig die Straße hier. Ja. Ja, ich will nicht übers Verlende fahren. Das ist hier nachts nicht. Ja. Ich überhole dich jetzt. Pass auf, ich überhole dich rechts. Alter! Da, ich kann nicht mehr lenken. Du Nuss, Alter. Der Wichser, ey. Er hat mich rechts überholt und dann geschnitten auch noch. Und wäre beinahe gegen die Mauer gedonnert. Ja, wegen dir, weil du rübergezogen bist, als ich gesagt habe, ich überhole rechts. Ja, ich habe nur gehört, ich überhole. Das macht mal links. Du hast sofort die Pampa ausgeführt. Da hast du einen Laternenpfosten hier mitgenommen. Ich bin wirklich nach rechts gefahren so ein bisschen. Ja, ja. Jetzt schneidet er mich auch noch. Ich muss zwischendurch den Turbo reinhauen, dann bin ich überhaupt wieder auf die Straße gekommen. Gut, gut. Ja. Ach so, mach dein Auto. Warte mal, ich glaube wir müssen links. Halt mal an, halt mal an, halt mal an, halt mal an. Mach. Meins mach. Mach die Kuh. Mach das Auto. Brab, mach's brab. Mein Auto mach. Und du hast ein Auto? Durchgängig. Brrrrrrrr. Wie hast du die Spielkarten in deinem Fahrrad gesteckt? Spielkarten? Ja. Ruhe Kohlerdose. Naja. Aber ich hatte früher immer so Klicke. Halt mal hier geht's voll bergab. Klicke, in den Speichen. Bevor oder nachdem du Mettler geworden bist? Nachdem. Ach so, dann ist cool. Nee, nee. Hast du auch so Bammel am Lenkrad gehabt? So eine Fäden? Nee, ich glaube nicht. Boah, das ist eine anspruchsvolle Strecke hier. Ja, macht voll Spaß. Ach, hier bin ich nicht hergefahren. Die Straße hier. Oh, ich hab'n Leck, ich hab'n Leck, ich bremse. Kommt man da vorne, das ist so'n Säge, wie so'n Sägewerk ist dann. Sand Prozesse. Voll am Arsch der Mail. Ich würde mir vor, wenn du über die Berge gefahren hättest. Ich würde hier nie wieder rauskommen. Wenn wir die Strecke weiter runterfallen, dann kommen wir auch an der Küste lang. Ist zumindest safer als die Hauptstraße. Ich bin hier. Ah, 400 muss ich noch. Muss ich noch. Ist der Maul jetzt auch noch am Start? Ja, ich fahr grad auf die Straße rein. Oh, ich hack jetzt mit 1000 kmh hier durch. 1000. Brems, 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 brems. Chill. Das Sand Prozessen hört sich an, als ob jemand an der übelsten Bombe ziehen würde. Lass' mal ordentlich einen durchsanden. Ach so. Ich muss's dir geben dann, ne? Ja, genau. Warte, ich bin gleich mit dem ersten Fuhre fertig. Dann paare ich's ins Auto und dann kannst du meinen Koffer rum. Zusanden. Ja. Dann teilen wir einfach durch drei oder wie. Ja. Obwohl du eigentlich ja nichts gemacht hast. Nein, Spaß. Doch. Hör, jetzt hab ich Glas. Ja. War das gewollt? Deswegen kann man auch nur Glas verkaufen wahrscheinlich. Ja. Ich hab' 1000. Klar, es gibt 1200. Ja, ist in Ordnung. Is not bad. Ist nur noch ein Glas ist, eh? Ist nur noch ein Glas ist, eh? Ist nur noch ein Glas ist, eh? Ja, das ist die Frage, ja. Sehen wir dann, wie das gemacht ist. So, put mal in mein Trank. Ja. Ist nur die Frage, wo das Glas Ding ist. Der Glas hängt, klar. Ich glaube, es gibt kein Glas hier, Bruder. Kannst du? Ich kann ja dann deinen Trank. Wieso nicht? Mit Tee, ne? Ja. Ich kann unten einsteigen. Einmal durch. Probieren wir jetzt. Ja, jetzt geht's, ja. So, ich soll den zusanden. Geht net. Nur 30 Prozent. Gib mir mal dein Glas hier aus deiner Trank. So. Ist es voll? Über Kavala ist einer. Hat er gesagt. Such den mal bitte. Während ich hier prozessiere. Oh. Lassst du mich an meinen Trank, bitte? Warte mal. Ich kann nur 6 Sand reinlegen. Ja, ist egal. Ja, ja. Klass Trader. Ist der da, ja? Ja, aber ein Precious Metal Trader. Direkt auf dem Heimweg. Okay. Aber da... Dann tu mal... Da gibt's... Gib mir mal den Sand direkt dann. Stress. Hallo. Achso. Ja, dann komm her. Wie viel kann ich ihn dir geben? Na, gib mir einfach soviel du hast. Ja. Ja. Das ist alles. Ja. Warte, dann mach ich nochmal die nächste Fuhre. Also ich wollte mich nicht heilen, du Penner. Achso, und ich mach meinen Kofferraum auch schon mal leer. Achso, da sind... Hä? Drei Glas... Achso, da... Ja, ich hab schon was so rausgenommen, alles. Mein... Mein Kofferraum im Auto ist voll. Ja, ist cool. Hast du bei mir auch schon rausgenommen, ja? Ja. Ich bin gleich durch mit der letzten Fuhre. Ich hab noch 15. Wie viel hast du da, Moritz? Ja, ich hab noch... Warte, ich hab noch... Warte, ich hab noch... Warte. Set. Wo ist das Set? Es ist so dunkel. Ja. 46. Ja, dann gib mir den Shit mal. Hä? Ich kann dir das nicht geben. Ja, dann hab ich's immer noch im... Ja, der gibt das zurück, was ich nicht mehr tragen kann. Warte, ich tu mal kurz hier in euer... ...quottes Glas rein. Äh... So, dann gib mir mal den Sand, den ihr habt. Oh, was mach ich? Ich geb dir Geld. Einen Dollar, dankeschön. Was soll das sein? Soll ich jetzt schippen, oder was? So, jetzt hab ich die... Hey, Macarena! Boi! Hab ich jetzt Sand? Von euch beiden? Ja. Ich geb dir auch noch. Okay. Voll. Ich hab noch elf. Du hast mir nur einen gegeben. Nee, ich hab dir ganz viel mal... Ganz viel mal einen gegeben. Ich bin schon wieder voll. Man, diese Spielfiguren anzulabern ist halt echt... Pain in the arse. Arsch, Schmerz, kennt er? Schmerz im Arsch. Ja. Schmerz im Arsch. Ja. Na, ich fühl nicht so wie Dänzen. Na, dann war's noch. Wir haben Restart in 15 Minuten, Mann. So, Restart in 15 Minuten. Schnell. Ja, wir können auch die Karren speichern. Ja. Schnell, Junge. Schaffen wir das noch bis dahin nach unten? Ja, wenn wir jetzt so fahren... Wo müssen wir denn hin? Ja, ich muss den noch geben. Einmal muss man... Bist du fertig, Prozess? Ja, ich muss... Ja, gib mir nochmal was. Ja. Okay. Alles weg. So, ihr habt jetzt nichts mehr im Inventar? Nein. Nee. Ah, die sind Typen. So. So nochmal schön an der Bonk ziehen. Es gibt ein Kickstarter-Projekt mit einem Hoverboard, was sogar schon schwebt. Das steht grad bei Facebook. Okay, hab ich letztes Jahr schon mal gesehen. Ja, das war aber ein Fake letztes Mal. Ja, aber halt so... Ich glaub, ich hab das nicht so gesehen. Komm dann jetzt, wenn wir was machen wollen. Ja, ich muss noch produzieren hier. Ja. Cool. Also so zwei riesen Rotoren hat das, gell. Ich hab's noch nicht angeschaut. Ich wollte jetzt erstmal hier... Komm schon. So, ich anschaue, wie das war. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017